Ja, das macht ich normal. Aber 1008, ich bin da auch ganz stolz. Ich könnte im Moment keine Zeit verfolgen, aber auf 1008 gibt es halt noch nicht. Nee, das haben wir hier. Ich habe neulich auch immer wieder jemandem erklärt, was Funkschau bedeutet hat und wie das so alles funktioniert hat. Und irgendwann war das ja mal ein tolles Sammelsuchen von allen Mönchern. Aber wie soll das denn eigentlich? Das nimmt sich dann jeder so ein kleines Stück raus? Oh ja, danke. Ah, jetzt werden schon wieder Beweise geschossen.